Moin Leute, Trimex hier. Heute schauen wir uns wieder Sachen an, alles mögliche, worauf wir reacten sollen, was ihr mir auf meinem Reddit geschickt habt. Könnt ihr ganz einfach machen, Links, Videos reinschicken, Memes selber machen, einschicken, alles mögliche Sachen hochliken und dann sehen wir das hier on Stream. Die Videos kommen auf dem Zweitkanal, auf dem Zweitkanal TeamTry, könnt ihr gerne kostenlos auch abonnieren, geht gerade komplett durch die Decke, jeden Tag 1000 Abos. Und die Reacts scheinen euch zu gefallen, mein Main-Fokus ist Gaming, aber ab und zu so zweimal die Woche können wir sowas gerne machen und die coolsten Sachen gibt es dann halt da. So, was ist das? Watch People Die Inside Copilation V5, das ist gut. Ich mag das, wenn Leute innerlich sterben. Weil ich sehr, sehr, weil ich jemand bin, der extrem ungerne in den Situationen wäre. Will ich mal play. Also, wow, das ist halt schon, ich wäre da so raus, man sieht es auch. Also, man sieht auch einfach, wie er gar keinen Bock da drauf hat, dass das jetzt. Ich hätte überhaupt keinen Bock, jetzt da vorne zum Fitnessstudio zu gehen. Ja, sorry, ich habe da hinten alles kaputt gemacht, keine Ahnung, wie das passiert ist. Tut mir leid, wäre mir so unangenehm, wäre mir so unangenehm. Du kommst ja auch nicht raus, das ist alles schon scheiße. Alter, ey. No problem. Thank you. See you guys. Yeah, you guys too, have a good night. Wait, let me see your hands, let me see your hands. It's not washing off. It's coming off, it's coming off slowly. It's, it's, it's not washing. It's starting to fall. It's not washing off. So eine Compilation mag ich. Ich weiß nicht, ich finde es schön, wenn ich nicht derjenige bin, der da so viel Pech hatte. Ich würde jetzt halt nicht so gerne den Leuten, deren Haut stecken. Dann bin ich ganz froh, dass ich einfach meine Haut stecke. Verglichen, verglichen damit. Was war das? Oh nein. Das sollte verboten werden. Das geht nicht. Das geht nicht. Der hat ihn fünfmal angetippt. Er hat sich so gefreut. Er hat sich... Oh nee. Oh nee. Was war das denn? Wie er ihn anhaut. Jo, schlag ein hier. Oh nein. Scheiße. Scheiße. Berettas calls. Gil's got the best of it. Oh, did we call you need a queen? Put that five of clubs out there. Five of clubs. I was right. As I call you need a queen. Oh, my God. You need to. I'm on. Alter, es ist so enttäuscht einfach. Es ist Wahnsinn. Was heißt das hier 987.000? Das ist ja nicht um so viel Geld, oder? Chip fällt eine Million. Und dann kommt genau die Queen. Da will ich aber auch. Da will ich aber. Alter, das ist halt... Guck mal, wie er ihn hier anguckt. Er ist entsetzt. Er ist schockiert. Er auch. Guck, wie sie... Wie sie ihn alle angucken einfach. Oh, man. Wow. Hi. Du terrifiest mich. Du bist die lustige Leute, die ich ever gesehen habe. Oh, mein Gott. Danke. Oh, mein Gott. Du wirst mich verletzt. Oh, wow. Danke so much. Was du denkst, ist lustiger? Be ehrlich. Ich oder Seth Rogen? Oh, mein Gott. Du. Danke. Oh, mein Gott. Ein Millionen Mal. Wirklich? Ich glaube, er ist nicht lustig. Oh, wow. Er ist hier gerade hier. Seth Rogen. Holy shit, wieso kann ich den Klipp noch nicht? Ey, ich bin ein riesiger Seth Rogen-Fan. Das kann sie nicht machen, Alter. The fuck? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe auf die mittlere geachtet, weil ich mir hundertprozentig war, dass sie den Salto verkackt. Oh Gott, sie hat es ja richtig verkackt. Warte mal. Wofür ging der Scheiß denn hier los? Sie hat es verkackt? Oh, ja. Die hat es ja richtig verkackt. Ach du Scheiße, das war ja gar nichts. Das war nicht mal abgerutscht oder irgendwas. Das war einfach nur ein saubeschissener Salto. Ich bin einfach komplett gekotzt. Das war einfach nur ein saubeschissener Salto. Er wusste nicht, was er machen soll Es war völlig weg Es war richtig weg Guckt, wie sein Gehirn arbeitet Achtet nur auf seinen Blick Er hat noch kurz überlegt Kann man irgendwie zurückfliegen Oder kriegt er das irgendwie noch wieder Kann er es suchen Ist das noch heil am Boden Es ist weg Es ist definitiv weg in dieser Situation Er hat wirklich noch überlegt Hätte ich auch in der Situation Gar keine Frage Hätte ich auch in der Situation Hätte ich auch in der Situation Oh nein, was ist das denn? Was? Was? Das kann doch nicht sein What the fuck Das ist jetzt Das ist unangenehm zu gucken Der Rest war so Scheiße, aber das Was? Ja, ich denke, wir haben ja seine Deskription, können wir das nehmen? Lasst uns seine Deskription nehmen. Er hat erst mal fünf Sekunden das Bild angeguckt und nichts gesagt. Fantastisch. Er guckt noch mal zu seinen Kollegen und vergewissert sich, ob das wirklich alles richtig ist und guckt es sich dann wieder an. Okay. Okay. So, you know how I put you to bed last night? Uh-huh. Well, I got really hungry and I ate all of your candy. I'm sorry. You're just joking. You didn't eat my candy. I did, I was really hungry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Achtung. Total Absturz. Hallo? I'm not mad at you. Ich kann nichts mehr drücken. Google Chrome, keine Rückmeldung. Hallo, ich kann meinen Chat nicht lesen. Hilfe. Abbruch. Google Chrome ist abgestürzt. Gut, das war's mit der Reaction aus dem Video. Oh, strong. Meinung in die Kommentare. T-Try-Kanal abonnieren für weitere Reactions und Memes und den ganzen Bums. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Versuch dich mit der anderen Hand. Ja, das ist gut, das ist gut. So ist gut. Ja, das ist strong. Guck mal, wie gut ich das kann. Bis zum nächsten Mal.